Wir haben uns im letzten Video angeschaut, wie wir mit der Software ngPost Dateien ins Usenet laden können. Das hat auch soweit sehr gut geklappt, jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Das Herunterladen der Dateien gestaltet sich gerne etwas komplizierter. Um das zu vereinfachen, gibt es das nzb-Link-Format. In diesem Video schauen wir an, wie wir unseren Upload jetzt in dieses Format konvertieren können, um damit den Download deutlich einfacher zu machen. Unser Beispiel war ja, wir haben z.B. Urlaubsbilder ins Usenet geladen und diese Urlaubsbilder möchte ich natürlich mit allen teilen, mit denen ich tatsächlich im Urlaub war. Natürlich verschlüssel ich die Dateien vor dem Upload, weil ich möchte ja nicht, dass alle im Usenet die sehen können, sondern ich will ja auch nur wirklich denen die Bilder zeigen, mit denen ich die aktiv teile und denen gebe ich entsprechend das Passwort. Ich bin hier wieder in ngPost und wichtig hier ist unsere CSV-Datei. Da sehen wir ja z.B. diesen Header der Datei, wir sehen das Passwort der Datei und wir sehen die Gruppe, in der die Datei gelandet ist. So, ich gehe mal auf meinen Browser und hier bin ich auf der Seite von nzb-Link oder nzb-Link. Hier gibt es eine Formatbeschreibung, wie die aussehen muss. Ich kopiere die mir gerade mal in mein Notepad rein und dann setzen wir doch mal so einen Link zusammen. Es gibt natürlich auch Tools, die das Zusammensetzen deutlich vereinfachen. Von Tenser gibt es glaube ich eins auf GitHub, das verlinke ich mal in der Videobeschreibung. Trotzdem, zum grundlegenden Verständnis, würde ich das jetzt einmal manuell machen, also zu Fuß. Vorne muss nzb-Link stehen, okay, das haben wir verstanden. Und dann gibt es einen Titel. Das ist dann für den Download ganz wichtig. Und hier steht ja schon Our Summer Vacation und ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Urlaubsbilder. Dann gibt es hier diesen Header-Parameter. Gehe ich mal hier hin, welcher war das? Das ist unser Header vom Upload. Also, wer jetzt nicht weiß, was das für eine CSV-Datei ist, einfach mal in die Infokarte schauen. Darüber hatte ich ein Video gemacht, wie man Daten eben ins Usenet hochlehrt. Und am Ende fällt dann bei ng-post diese CSV-Datei raus. Also hier einmal zurück. Und diesen Header, also das H, können wir jetzt direkt ersetzen. Nein, so wollte ich das nicht. Also nochmal kopieren hier. Und hier nochmal den Header einfügen. Dieses UND am Ende führt immer den neuen Parameter ein. Das muss also stehen bleiben. Also zum Beispiel hier das UND H oder Ampersand oder kaufmännisches UND, wie auch immer. Und hier das G. Und was haben wir hier? Hier haben wir die, Moment, wo ist er? Gruppe. Den Parameter der Gruppe. Also wie heißt unsere Gruppe? Und die heißt laut unserer CSV, alt binaries misc. Und das heißt, das RB steht genau für das. Deshalb kann ich hier gerade misc dann reinschreiben. So, und jetzt kommt der Clou. Ich kann hier direkt das Passwort mitgeben. Und das heißt, wenn ich diesen Link verteile, hat der Empfänger auch gleich das Passwort und kann die Daten entschlüsseln. Das Passwort ist hier zu finden. Markiere ich mal und gebe das Ganze ein. Tja, was mache ich jetzt mit diesem Link? Probieren wir mal was. Ich gehe mal in den Firefox und gebe den hier oben ein. Tja, ich habe News Hosting installiert. Das ist der News Reader von News Hosting. Und der wäre jetzt in der Lage, diesen Link zu öffnen. Clevere Sache, war mir jetzt vor dem Video ehrlich gesagt auch noch nicht klar. Ich wollte ja was anderes zeigen. Wenn ihr den nicht installiert habt, kommt bei euch jetzt wahrscheinlich irgendwie gar nichts oder er kann damit nichts anfangen. Mit News Hosting will ich es aber in diesem Video gar nicht zeigen. Deshalb breche ich das Ganze mal ab. Und zwar gibt es das tolle Browser-Add-On NZB-Dunkey. Auch das ist von Tensai. Das ist wirklich ein ganz tolles Tool und ich klicke hier mal auf zu Firefox hinzufügen. Bestätigt das Ganze einmal. Und jetzt kann ich hier einstellen, was mit NZB-Dateien eben passieren soll. Der Klassiker wäre hier jetzt im Download-Ordner speichern. Ich will es ja aber einfach machen zum Downloaden. Also würde ich doch sagen, schicken wir das Ganze mal an SAP NZB-Dateien. SAP NZB-Dateien habe ich hier schon offen. Hätte ich auch in einem anderen Video gezeigt, wie ich das mit News Hosting einrichten kann. Auch da lohnt sich ein Blick in die Infokarte. Was muss ich jetzt tun, damit ich mit NZB-Dunkey auf SAP NZB-Dateien wiederum zugreifen kann? Bei mir läuft das ja lokal. Also das Add-On läuft auf dem gleichen PC wie auch SAP NZB-Dateien. Deshalb steht hier bei mir auch Localhost drin. Und das ist auch völlig richtig so. Der Port 8080, können wir mal schauen, ob der stimmt. Ja, den sehe ich hier oben auch. 8080 ist korrekt. Das würde ich auch im Localhost zumindest mal auf HTTP stehen lassen. Da hat man ja in der Regel kein Zertifikat für. So, und jetzt steht hier API oder NZB-Key. Wo kriege ich den her? Da gehe ich nochmal auf SAP NZB-Dateien zurück und in die Einstellungen. Und dann wechsle ich zu Allgemein. Und hier gibt es eben diesen NZB-Schlüssel. Den kann ich einfach mal kopieren. Gebe den hier in NZB-Dank hier ein. Man kann jetzt hier auch den API hergeben. Das ist halt dann für eine erweiterte Benutzung. Wollen wir jetzt aber erstmal nicht machen. So, das heißt, was passiert da jetzt? Ich mache erstmal Verbindung prüfen. Gut, der konnte sich jetzt zu SAP NZB-Dateien connecten. Und der kann ihm jetzt NZB-Dateien hinwerfen. Aber Moment, ich habe doch eigentlich gar keine NZB-Datei. Ich habe hier einen Link. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich rufe den jetzt nochmal auf. Und er bietet mir jetzt erstmal nichts anderes an. Und zurück in NZB-Danky habe ich hier eigentlich diese Option. So, ich versuche es noch einmal. Eigentlich sollte es gehen. Problem erkannt und Problem auch gelöst. Das Problem besteht darin, dass ich keine NZB-Links hier direkt in den Browser eingeben kann. Dann kann der NZB-Danky die nicht abfangen. Wichtig ist, dass die in der HTML-Seite eingebettet sind. Das passiert sowieso automatisch. Wenn ihr zum Beispiel den Link per Mail versenden würdet, dann kann man ja draufklicken und eure Nachbarn oder wer auch immer mit euch im Urlaub war, kann den Link dann benutzen. Habe ich jetzt hier mal ein bisschen gefakt. Habe also eine Textdatei angelegt oder eine HTML-Datei angelegt, die jetzt genau diesen NZB-Link enthält. Die hat auch hier einfach Urlaubsbilder drinstehen als Text. Kann ich ja nochmal neu laden. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, jetzt geht's. Dann passiert folgendes. Dann findet der NZB-Danky, oh, da ist ein NZB-Link geklickt worden. Der hat übrigens den Namen Urlaubsbilder2020. Den findet er hier in diesem String. Also haben wir eingegeben, Titel ist Urlaubsbilder2020. Und dann fängt er an, den an SAP-NZBD zu übergeben. Wie kann ich das erkennen? Ich mache SAP-NZBD einmal auf. Gut, jetzt hat er auch direkt schon gesagt, er hat es runtergeladen. Einmal öffnen bitte. Hier sehe ich Urlaubsbilder2020. Wurde einmal runtergeladen und hat einen Haken dran. Warum jetzt hier wegen dem Passwort-Market, weiß ich nicht so ganz genau. Weil eigentlich konnte es ja entpacken. Passwort hatte ich ja mitgegeben. Hier sehe ich jetzt auch, hier gibt es Urlaubsbilder2020. Das Schöne ist halt auch, wenn man in diesem NZB-Link-Format den Titel mitgibt, sehe ich es zum einen hier in SAP-NZBD schön, was ich da eigentlich runterlade. Und ich bekomme auch einen korrekten Ordner gleich angelegt. In dem Fall waren es jetzt keine Urlaubsbilder. Hier hatte ich die Open-Source-Software Syncfing verwendet, um das mal zu demonstrieren. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen von euch völlig verwirrt. Ich würde jetzt nochmal zusammenfassen, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben das NZB-Link-Format benutzt, um in der Lage zu sein, einen Link zu erstellen, mit dem man direkt die Datei herunterladen kann. Was für eine Datei? Naja, die Datei, die wir selber ins Usenet hochgeladen hatten und die eben identifiziert wird über den Header. Und den Header, den haben wir einfach in diesen Link eingefügt, haben die Gruppe eingefügt und haben das Passwort eingefügt. So hat man jetzt in einem Link, der einfach nur klickbar ist, alle Informationen zusammen, um die Datei herunterzuladen. Jetzt haben wir das Browser-Add-on NZB-Dunkey installiert, der wiederum dafür sorgt, dass diese Information aus dem Link so aufbereitet wird, dass SAP NZBD damit direkt was anfangen kann. Wir haben auch zufällig noch gelernt, dass das Programm von News Hosting auch in der Lage ist, mit diesen Links umzugehen. Wer jetzt also mit diesem Format ein bisschen rumspielen will, dem empfehle ich auch noch die Erweiterung für den Browser-NZB-Linker. Das nimmt ein bisschen Arbeit ab, da muss man das Ganze nicht so manuell zusammenstückeln, wie ich es gerade gemacht habe. Da wird das Ganze ein bisschen automatisiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.